Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fortnite. Ich habe einen komischen Bootsteg. Kann ich legit nicht nachvollziehen. Okay, ich gehe mal vorsichtshalber erstmal hier hinten hin. Hier habe ich zwar nur eine Kiste, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier keiner gewesen ist. So. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Okay, ist das nicht die Salvenwaffe, ne? Das ist wieder eine andere. Ich höre? Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist die Musik. Okay, hier ist auch wieder keine Kiste. Da haben wir keine Kiste, aber hier ist auch keine Kiste. So, wir nehmen die trotzdem mal mit, ne? Und das, ist das, ne, das ist ein anderes Sturmgewehr. Ich dachte gerade, ich habe zweimal dasselbe eingepackt. Ich habe halt keinen Plan von dem Game, ne? Pass auf, nehme ich einmal die mit. Weil die geiler ist. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Schrot, Muni. Richtig und richtig. Oh, ich kann ihn nicht sehen. Ist das ein NPC oder was? Er schießt ja so beschissen. Wenn er mich jetzt weghaut, bin ich echt enttäuscht. Okay, das war, das war kein Thema. Bin zwar gut mitgenommen worden, aber das ging noch. So, einmal verbannt, ein bisschen hochhealen. Schild wäre natürlich noch geil. Verstehe gar nicht mit dem Verbänden. Ich kann nicht mehr wie 75% meiner Gesundheit heilen. Okay. Gut, wo war denn der Gute? Hier war er auf jeden Fall schon. Die Kiste hat er leer gemacht. Die Munition hat er auch eingesteckt. Was ist das hier? Lowberry. Ah, okay. Ich habe erst beim zweiten Mal gesehen, dass der Schild sich da auffüllt. Beim ersten Mal habe ich gedacht, da ist gar nichts. Achso, hier. Guck mal, da ist so offen. Da ist eine Kiste. So, was ist das? Das ist, glaube ich, das Gewehr, was ich hatte, ne? Ja. Das habe ich ja vom Prinzip schon. Welches ist denn besser? Selten? Ungewöhnlich. Was war das? Okay, okay, okay. Wir schauen erst mal. Ich brauche auf jeden Fall noch Schild. Ein paar Schildtränke wären geil. Da haben wir noch eine Kiste an der Bühne. So. Ah, nee, gar nicht. Ach, das ist nur so ein Stromgenerator. Wenn ich mich ja selber verarschne. Oh, hier mit Scope. Ist auch ein Sturmgewehr. Ist auch ein anderes, ne? Au. Au. Sexy. Das nehme ich mit. So, wo möchte denn die Zone hin? Äh, wir stehen, wir sind ja schon richtig gut, ne? Links war was. Okay. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Oh, hier ist nochmal Munition. Die muss ich mitnehmen. Wichtig. Ja, klar. Immer auf die andere Seite. So. So. Immer gucken nach Gegner. Aber hier scheint keiner weiter zu sein, ne? Gunnschutz da unten. Oh. Ey, der ist abgelenkt, ne? Steht mit dem Rücken zu mir und ich verkack das jetzt, oder was? Okay, der wird hier nicht mehr sichtbar. Kommt der direkt hinten raus oder versucht er, seinen Kampf da noch fertig zu machen? Er versteckt sich jetzt im Haus, oder was? Okay, da geht's wieder los. Einen haben wir. Oh, der hat kein Schild mehr. Na, komm. Oh. Schießt ja genauso scheiße wie ich. Der Bullet Drop ist nicht ganz so, wie ich ihn einschätze. Okay. Will ich mir die Sachen holen? Eigentlich nicht, ne? Dann muss ich da runterlaufen und dann muss ich hier wieder hochlaufen. Und das, wobei ich in die Richtung hin muss. Ist ja auch nicht mehr lange, bis die Zone überhaupt schrumpft. Ja, komm, scheiß auf den Looter. Wir sind ja eigentlich ganz gut, obwohl, ne, sind wir nicht. Sind wir nicht. Wir haben ja gar nicht viel Munition, ne? So, ich bin ja gar nicht mehr. So, einmal runter. Hup. Den find ich cool. Wie so'n Delfin. So. Einmal durchgucken hier. Bisschen Verbandskram. Ja, wichtig. Gott, den hab ich erst. Ich hab mich jetzt so auf den Loot konzentriert, dass ich ihn gar nicht mehr gesehen hab. Guck mal, damit kann ich mich doch auf 100% heilen, ne? Bearschen mich die Leute, dass die nicht zurückschießen? Wie funktioniert das? Ich hab kein Schild. Hab auch noch nicht nachgeladen. Ist viel schlimmer. War auch von, von da hinten, ne? War das nicht da eben ganz hinten am Stein? Schwören können, dass da einer war. Ist ja ne krasse Ecke hier, ne? Hier, da. Ah, er läuft hoch. Ja, 30er Treffer. Ah, da ist der. Okay, da ist der Einschlag. Da ist er. Läuft er jetzt wieder runter, oder? Der war eben wieder oben, ne? Ach, wie süß. Wo schießt du denn hin? Ach, der hat auch gegen den gefightet. Oh, shit. Jetzt hab ich, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ist er gemoved? Ich könnte schwören, hier war auch was. Okay, ich werd mal weiter. Ich ignoriere mal zum Wohle der Zone. Und ich bräuchte noch ein bisschen Loot. Etwas Loot wär gut, vor allem, wenn's um Munition geht. Kann ich da mitfahren? Okay. Oh, ich hatte kurzzeitig Angst, dass ich sterbe, ne? Nein! Ich muss nachladen. Ich hab keine Munition mehr. Schade. Okay, das dauert ne Weile. Ach, schade. Ich glaub, das wird nix mehr bis zur Haltestation. Obwohl doch, der Zug, der ist ja ewig in der Zone. Der ist ja ewig in der Zone. Mal gucken, was wir hier rauskriegen. Wie bauen die denn? Okay, so. Und dann... Ah, also Kuh. Und dann... Huch. Okay, da war ein Auto mit Skin. Das heißt, hier müssten... Oder könnten Spieler in der Nähe sein. Ah. Okay. Muni war jetzt hier nicht doll. Ja, zumindest kann ich mein Schild auffüllen. Okay, dann nehm ich mir nochmal das Leben mit. Und raus. Okay, also munitionstechnisch sieht's halt echt... Mager aus. Könnt ihr ja mal im Bahnhof gucken. Schöne Waldbahnhof. Hier ist ne Kiste. So, an Waffen bin ich nicht mehr interessiert. Nur noch ein bisschen Muni. Okay, ich hab was gehört. Und ich weiß nicht, was das eben war. Okay. Das war, glaub ich, er. Ich glaube, er war das. Ah, hier, ein Schilddrang. Ah, jetzt hab ich keinen Platz mehr. Nehmen wir die Granaten raus. So. What the fuck? Uuuuuh. Ist das hier auch so ein heiß begehrter Spot irgendwie? An, an, an Loot oder so? Schon ne zweite hier an diesem Bahnhof. Alles klar, aber wir sind im Rennen. Oh, oh Gott. Aber die Munition sieht ja kacke aus. Ich muss nochmal gucken. Haben wir hier nochmal so die ein oder andere Kiste? Blup. Ah, hier irgendwo Munition. Ja, das ist wieder was anderes. Okay, hier ist noch ne Kiste. Ja. Hm. Naja. Geil war das jetzt nicht. Okay. Komm ich da hoch? Ich hab von der, von der, unserem dritten Sturmgewehr da, da hab ich gut Munition. Aber, die ist zum einen nicht so stark. Und die verreißt ganz schön, ne? Guck mal, da hinten läuft einer. Hatte ich nicht hier noch einen Sniper? Als ob ich ihn nicht treffe. Ich wollte grad sagen, wo ist denn jetzt los? Oh. Irgendwo da hab ich was gehört. Da. Der ist ja irgendwo in diesem blöden Busch drin, ne? Wo schießt der denn hin? Okay, so, einmal nachladen. Hä, was macht der da? So, verdammt. Achso, der hat nen Fight. Ja, guck mal, da sitzt er. Der Baum hat geblockt. Ich glaub's nicht. Hier war eben auch einer. Ja. Gönn dir den Loot. Hahaha. Ja, hast du dir falsch gegönnt, mein Freund. Hast du dir falsch gegönnt. So, Mitte der Karte, Eliminierung gespeichert. Äh, ja, danke, Nvidia. Ich würd gern... Okay, Mitte der Karte ist die Richtung. Okay, dann geh ich da hinten aber wieder runter. Dann bräuch ich den Berg nicht hochlaufen. Würd zwar den Loot, ja, gerne mitnehmen, aber... Bringt mir halt gerade nicht viel. So. Aber ich hab sogar ne Quest. Erziele Kopfschüsse mit Schrotplinte. Ich hab jetzt keine einstecken, ne? Was ist das hier? Äh. Okay, das war wieder eine ganz neue Erfahrung für mich. So. Hier oben ist aber... Hier ist alles voll, ne? Also die Kisten sind noch alle zu. Guck mal hier. So ne offensichtliche Kiste. So. So, diese Kopf... Äh... Schrotflinten-Kopfschuss-Quest, die mach ich jetzt, glaub ich, nicht. Das lohnt nicht mehr. Hät man die Schrote am Anfang einpacken sollen. Was ist das? Och, wie lange soll denn das dauern? Ne, ich muss ja auch weiter. Hab ich leider... Warte, die nehm ich noch mit. Hab ich leider keine Zeit für. Wie lange hab ich noch? 40 Sekunden. Dann sammle ich lieber noch schnell die Kisten. Mal die Waffe wechseln, ne? Da oben ist noch ne Kiste. So. Die gönnen wir. Die gönnen wir auch noch. Okay, und dann muss ich in die Richtung hier, ne? Relativ weit sogar. Relativ weit. Ich hoffe, mich sieht jetzt hier keiner. Boah, das ist ja alles mit Wasser. Ist ja ein richtiger Kackspot. Links sind Schüsse. Hier ist auch ein Gunfight, da vorne im Wald. Okay, da liegt noch der ganze Loot. Wieso hat er sich dafür nicht interessiert? Irgendwo rechts, ne? Ja. Ich konnte ihn hören, aber ich kann ihn nicht sehen. Und da noch einer oben ist. Oh, ich geh wieder auf die Bergspitze. Ist der beste Spot. Hier wird safe einer sein, oder? Das ist ja auch ein Motorrad. Komme ich hier nicht hoch? Gunshots irgendwo da hinten. Da. Oh, der wäre so sauber gewesen, wenn der Baum noch nicht gestanden hätte. Viel zu hoch, ne? Ich sollte mich da vielleicht raushalten, weil es einfach so weit weg ist. Äh, Zone ist in der Richtung. Okay, dann muss ich mir einen neuen Spot suchen. Dann muss ich mir schon mal einen neuen Spot suchen. Wo könnte ich denn hingehen? Der Berg wäre noch mit drin. Das Gebäude nicht? Ne. Das Gebäude? Doch. Nein. Das Gebäude ist nicht drin. Der ist gerade so raus, ne? Ne. Der Zaun ist noch ein bisschen drin. Okay, aber... Da ist ja Schmutz. Da ist ja Schmutz. Oh, hier... Da ist einer. Habe ich mich verguckt, oder war da einer eben? Ich glaube, da war einer. Okay, wo könnten... Okay, irgendwo hier. Close. Ja. Du, Baumer. Ich lad nach. Oh. Okay, der war gut. Der war gut. Aber ich muss mal... Ich muss mal irgendwie hier die... Die Spiele... Äh... Shane... Ich glaube, ich gehe mal in Ranked rein. Das ist schon ein bisschen zu leicht hier, ne? Ich bin schon nicht der beste Spieler, aber... Schon wieder ein Episch. Hm. Naja, gut. Wir schauen mal. Ich hoffe auf jeden Fall, die Runde hat trotzdem wieder Spaß gemacht, ne? Lasst gern ein Like da, ein Abo, wenn ihr es nicht gemacht habt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschaui.